Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich die Apple Airports hier mit einem Android Smartphone, wie zum Beispiel von Samsung oder derzeit auch noch Huawei, richtig verbinden kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir unser Ladecase hier öffnen, dann umdrehen und hier auf der Rückseite befindet sich jetzt nämlich ein kleiner weißer Knopf, der wo etwas schwer zu erkennen ist. Diesen muss ich jetzt einmal so lange eindrücken, bis hier vorne das kleine Licht bzw. hier oben nicht mehr grün leuchtet, sondern weiß zum Blinken anfängt. So wie es bei mir jetzt der Fall ist. Und jetzt können wir das Case nämlich erst einmal einfach hinlegen. So ist es noch offen und ich kann an meinem Handy weitermachen. Meine AirPods hier sind nämlich jetzt bereit zum Verbinden. Jetzt muss ich aber erst noch Bluetooth bei meinem Handy aktivieren. Das mache ich entweder, wenn ich hier oben runterziehe, habe ich hier die Bluetooth-Taste oder ich kann auch einfach bei mir bei Einstellungen reingehen. Am besten einmal hier oben noch suchen, gebe einfach mal Bluetooth ein und es kommt sofort bei Geräteverbindungen steht Bluetooth-Ordner. Dieses mache ich jetzt einfach mal an und jetzt warte ich, bis meine AirPods hier gefunden werden. Es hat jetzt zwar etwas gedauert, auch wie du sehen kannst. Hier erscheinen meine AirPods. Diese klicke ich jetzt einfach noch an und schon wird nämlich die Verbindung richtig hergestellt. Dauert noch kurz und schon steht meine Verbindung hier. Als Test schließe ich jetzt mal meinen Ladecase. Jetzt sollte sich nämlich die Verbindung hier automatisch trennen. Wir warten also mal ganz kurz noch. Und wie du sehen kannst, die Verbindung ist getrennt. Jetzt öffne ich meinen Ladecase und jetzt sollte nämlich die Verbindung wieder automatisch hergestellt werden. Wie du sehen kannst, das ist geschehen und somit haben wir jetzt auch schon das Handy mit den AirPods richtig gekoppelt. Das geniale Feature wie bei iPhone, dass man hier sofort erkennen kann, wie hoch der Akkustand noch bei deinem Ladecase bzw. deinen zwei Kopfhörern hier ist, gibt es leider bei Android nicht automatisch. Jedoch gibt es hier natürlich auch eine Lösung wie zum Beispiel die Air Battery App. Wenn man sich diesen mal runterlädt, kann ich draufdrücken und erkenne dann auch hier unten sofort Ladecase auf 55% Akku und meine zwei Kopfhörer 100%. Bei meinem Huawei Hona 9 hat das Ganze komischerweise nicht funktioniert. Hat mich selber etwas gewundert. Ich vermute einfach, dass es zum Stand Juni 2019 ja Schwierigkeiten zwischen Android und Huawei gibt. Dass es deswegen nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Doch bei dem Samsung Galaxy hier von meiner Frau gab es wirklich keine Schwierigkeiten. Hier kann man die App ohne weiteres benutzen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens neue Apple AirPods oder auch so eine Sleekonhülle für deinen Ladecase zulegen möchtest, damit dieses einfach nicht so einfach zeigt, kratzen, vor allem auch nicht so schnell dreckig wird, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markengestellen zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eines für diesen Interessierten hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.